Was ist die Upload-Filter? Upload-Filter würden tatsächlich dazu führen, dass erst einmal sehr viele Inhalte aus dem Netz verschwinden. Eine sehr breite Masse an Anbietern tatsächlich sich überlegen muss, haben wir eine Pflicht, Upload-Filter einzuführen oder nicht. Die Masse der potenziellen Verpflichteten ist sehr, sehr groß. Das können auch Cloud-Dienste sein, das können auch Plattformen sein, wo Rezepte geteilt werden und viele andere auch. Und die müssten sich dann eben damit auseinandersetzen, wie sie so einen Upload-Filter installieren. Das heißt, sie müssen mit einer wahnsinnigen großen Masse an Referenzdaten von Rechteinhabern, die behaupten, das ist mein Recht, was dort genutzt wird, in irgendeiner Form verwalten, in die Filter umsetzen. Wahnsinnige Kosten, die damit natürlich verbunden sind. Das Content-ID-System von Google, was immer sehr gerne genannt wird, ist ja ein Projekt, das schon seit 2007 läuft. Da sind über 60 Millionen Euro investiert worden, um das irgendwie aufzusetzen. Kleinere Plattformen werden sowas nicht handeln können. Das ist ein Projekt, das ist Untertitelung des ZDF, 2020